Okay, meine lieben Hexen und Extras, heute wollen wir uns einmal ganz kurz mit der Frage beschäftigen, wie genau ist eigentlich KI, also künstliche Intelligenz, definiert? Und vor allem, was sind eigentlich ChatGPT, MidJourney, Stable Diffusion oder MusicGen? Sind das KIs oder benutze ich diesen Begriff vielleicht einfach immer falsch? Nun, ein paar haben sich tatsächlich aufgeregt, dass sich sie immer KIs nennen. Und man muss dazu auch sagen, Apple hat zum Beispiel in ihrer Keynote nicht ein einziges Mal das Wort KI gesagt, obwohl sie im Hintergrund eigentlich das benutzen, was auch bei ChatGPT zum Einsatz kommt. ChatGPT zum Beispiel nutzt Transformer-Modelle, ja, Transformer-Models. Und diese Transformer-Models wurden auch bei Apple erwähnt, aber Artificial Intelligence haben sie eigentlich nicht gesagt. Nun, also was genau ist denn jetzt eigentlich ChatGPT? Naja, gucken wir uns zunächst einmal auch mal die Definition von künstlicher Intelligenz an. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch die Unterschiede zu Machine Learning, zu Deep Learning und dann eben auch wirklich den Bezug auf unsere populären Tools, die wir uns gerade angucken die ganze Zeit. Schauen wir uns das auch nochmal an. Okay, also wir starten mal mit KI bzw. AI. KI ist der deutsche Begriff, AI ist der englische Begriff, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Nun, es wird offiziell so definiert als die Fähigkeit von Maschinen oder Computersystemen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Es wird nicht als Intelligenz an sich definiert, weil die Definition von Intelligenz ist gar nicht mal so einfach. Sind Katzen intelligent? Sind Hunde intelligent? Naja, man würde schon sagen, sie sind auf jeden Fall intelligent und da wird es dann schon wieder schwierig. Was genau machen wir eigentlich? Naja, wir machen uns das Ganze ein bisschen einfacher. Wir nehmen quasi einen Begriff, den wir haben und sagen, okay, wenn wir es als Mensch machen können, aber ein normales Computersystem damit Schwierigkeiten hat, dann nennen wir das künstliche Intelligenz. Beispiele dafür sind Text, sowohl Textverständnis als auch Texterzeugung, Sprache, also Sprachverarbeitung, also Verstehen von natürlicher Sprache, das was ich gerade mache, und aber natürlich auch die Spracherzeugung, also Text-to-Speech, ebenso wie Entscheidungsfindung. Und Entscheidungsfindung ist schon wieder so ein schwieriger Begriff, also sollte ich A machen oder sollte ich B machen? Ist A besser oder ist B besser? Das ist sehr interessant, wenn man das dann auch wirklich untersuchen möchte. Es wird auch unterschieden zwischen starker und schwacher KI, da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Das heißt, wir halten fest, KI ist eigentlich nicht als echte Intelligenz definiert, sondern nur als die Fähigkeit, Dinge zu tun, die menschliche Intelligenz normalerweise erfordern. Das heißt aber nicht, dass ein KI-System so intelligent ist, wie es ein Mensch ist. Also nicht von der Menge oder von der Kapazität her so intelligent, sondern auch von dem, was wir alles tun können. Wir schauen uns das nachher nochmal genauer an. Jetzt lasst uns mal ganz kurz einen Blick auf das werfen, was eigentlich Apple die ganze Zeit in ihren Keynotes sagt, nämlich Machine Learning. Manchmal werden sie noch ein bisschen spezifischer, kommen wir gleich dazu. Aber Machine Learning ist so der Begriff, den man relativ häufig sieht. Und Machine Learning, und deswegen habe ich das auch hier mal so angeordnet, ist eigentlich ein Unterbegriff der KI. Es ist nötig für KI, dass man Machine Learning betreibt. Machine Learning bedeutet maschinelles Lernen auf Deutsch. Ich habe eine ganze Playlist dazu mit über 100 Videos, wenn ihr wirklich in die Thematik theoretisch und mathematisch einsteigen wollt. Und ja, es ist alles davon, Mathematik im Endeffekt. Machine Learning ist im Endeffekt die Entwicklung von Algorithmen, die es Maschinen ermöglichen, aus Daten zu lernen. Also vor allem Daten sind hierbei wichtig und Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen, ohne explizit programmiert zu werden. Und das ist extrem wichtig. Machine Learning ist also rein von den Daten und den Algorithmen abhängig. Ihr könnt euch das so vorstellen. Ich habe einen, sagen wir mal, einen Algorithmus. Und der kann erstmal roh überhaupt nichts. Gebe ich ihm dann aber Wikipedia-Artikel, dann kann der mir Rückfragen dazu beantworten. Ein anderer Algorithmus und ich gebe ihm Bilddaten von Landschaften, dann kann er mir Landschaftsbilder generieren. Gebe ich ihm Bilddaten von berühmten Persönlichkeiten, kann er mir Bilder von berühmten Persönlichkeiten produzieren. Und genau das ist im Endeffekt das, was ChatGPT mit Journey oder Stable Diffusion tun. Und dazu kommen wir aber gleich nochmal. Beispiele sind natürlich nicht nur Reinforcement Learning oder Support Vector Machines, aber auch Reinforcement Learning und Support Vector Machines. Support Vector Machines sind oder gelten für viele mittlerweile als veraltet, aber das stimmt an sich eigentlich gar nicht, weil sie immer noch manchmal zum Einsatz kommen und auch manchmal echt gute Ergebnisse liefern, die uns mit neuronalen Netzen gar nicht mehr so möglich sind. Und Reinforcement Learning wird in letzter Zeit extrem häufig mit neuronalen Netzen kombiniert. Aber was sind denn eigentlich neuronale Netze jetzt? Naja, das ist der Begriff, den alle eigentlich relativ konsistent durchbenutzen. Sogenanntes Deep Learning. Deep Learning oder abgekürzt DL steht eben für tiefes Lernen, also tiefe neuronale Netze. Manchmal lässt man das tief auch einfach weg. Flache neuronale Netze sind halt einfach komplett langweilig. Die können quasi fast gar nichts lernen, weil wir dann nur Eingabe und Ausgabe und eine Schicht dazwischen haben. Und tiefe neuronale Netze bedeutet, wir haben mehr als eine Hiddenschicht dabei. Und es wurde gezeigt, dass wenn diese neuronalen Netze groß genug sind, dass sie dann eigentlich jede Fähigkeit erlernen können. Nur, dass wir halt Schwierigkeiten haben mit so großen neuronalen Netzen, wie wir sie bräuchten. Das ist einfach viel zu ineffizient für die Hardware, die wir haben. Das heißt, wenn die Hardware nochmal viel, viel besser wird, können wir auch stärkere Aufgaben lösen. Aber im Grunde genommen ist Deep Learning, also künstliche, tiefe neuronale Netze, das ist eine Methode, die im Machine Learning angewandt wird. Genauso wie Reinforcement Learning, genauso wie Support Vector Machines, genauso wie der EM-Algorithmus. Das sind alles Möglichkeiten und Algorithmen für Machine Learning. Und damit kann ich komplexe Mustererkennung machen. So, jetzt kennen wir erstmal die Unterschiede. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. KI bedeutet, ein Computersystem kann eine Aufgabe erfüllen, für die menschliche Intelligenz nötig wäre normalerweise. Machine Learning bedeutet, mein System kann von Daten lernen und je nachdem, welche Daten ich diesem System gebe, tut es unterschiedliche Dinge. Wie gesagt, ChatGPT trainiert auf Daten von, sagen wir mal, dem Darknet, tut was anderes wie ChatGPT, das auf, ähm, nicht Reddit, da wäre dann der Unterschied zu klein, aber nehmen wir einfach mal Wikipedia-Daten, ja. Ähm, die werden wahrscheinlich was anderes mir ausgeben, wenn ich denen diese Daten zum Training gebe. Und Deep Learning ist im Endeffekt ein Algorithmus und, ja, wird auch eingesetzt. Also schauen wir uns das Ganze mal wirklich auf Large Language Models bezogen an. Large Language Models benutzen normalerweise aktuell eine Transformer-Architektur und sind damit generative neuronale Netze oder generative tiefe Netze. Das hört sich weird an, aber es ist im Endeffekt Deep Learning, was da zum Einsatz kommt. Das hatten wir ja auch schon mal in der Technik besprochen. Cool. Machine Learning kommt zum Einsatz, weil diese ganzen Netze auf Millionen von Datensätzen trainiert wurden. Gilt übrigens auch für Bilder, wobei die einen anderen Algorithmus benutzen, aber auch die werden auf Millionen von Datensätzen trainiert. Und das heißt, Deep Learning und Machine Learning ist eigentlich relativ klar. Das hatten wir auch schon gelernt. So, und jetzt die Frage. Sind diese Netze, sind diese Algorithmen eigentlich KI-Modelle? Naja, man kann sie benutzen, um menschenähnliche Texte zu erstellen oder Bilder, die von Fotos nicht unterscheidbar sind oder Bilder, die nicht unterscheidbar sind von dem, was ein menschlicher Künstler malen beziehungsweise zeichnen kann. Dementsprechend wäre eigentlich zum Erstellen von solchen Texten, also zum Erstellen von einem Skript für mein Video, zum Erstellen von Büchern. Und ja, dafür wurde schon genutzt. Für meine Skripte benutze ich es nicht, weil ich es nicht mag, weil es einfach meinen Stil nicht richtig einfängt. Aber das können andere Menschen auch nicht. Und ja, generell Bilder sehen wir ja auch gerade. Künstler oder echte Kunst von Menschen gemacht versus KI-Kunst. Das ist schon ein großes Thema aktuell gerade. Also, im Grunde genommen sagen wir, ja gut, eigentlich bräuchten wir dafür menschliche Intelligenz. Und wo genau da der Unterschied ist, das ist immer noch ein bisschen knifflig. Für KI setzen wir einfach Machine Learning voraus. Und ja, da gehört auch einiges dazu. Im Sinne von Chatbots natürlich, wie ich es gerade gesagt habe. Aber selbst der Spotify-Algorithmus übernimmt die Arbeit, die ein menschlicher DJ braucht. Und dieser DJ versucht dann zu analysieren, was ist vielleicht das Nächste für euch. Selbst der YouTube-Algorithmus kann als KI bezeichnet werden, weil er versucht, außerhalb ein, oder aus einer Datenbank von Videos, extrem viele, genau für euch zugeschnittene Videos zu passen, die möglichst gut zu euren Bedürfnissen gerade passen. Okay, gehen wir nochmal ganz kurz das Buzzword Bingo durch, bevor wir zum eigentlichen Fazit kommen. Und zwar, ähm, naja, Buzzword Bingo, neuronale Netze, hatten wir ja gerade, es ist alles so ein bisschen geframed, als wäre es wirklich echte Intelligenz, die wir hier modellieren. Neuronale Netze, kognitives Computing, Computer Vision, ähm, kognitives Computing, hört sich so an, als könnten die wirklich Kognitionen durchführen. Neuronale Netze hört sich an, als hätten sie echte Neuronen. Computer Vision hört sich an, als könnten sie wirklich sehen. Aber in Wahrheit kommt das eigentlich nur auf die Definition von KI an. Und wir haben uns ja diese Definition angeguckt. Gut, menschenähnliche Intelligenz ist für die Aufgabe nötig. Das heißt aber nicht, dass so eine Maschine wirklich versteht, was ein Text tut. Sie kann ihn halt nur gut auf Muster analysieren und dann eben einen ähnlichen Text uns bauen, wie das, was sie eben schon mal gesehen hat. So, jetzt lasst uns aber noch einmal ganz kurz auf das eingehen, was wir vorne oder am Anfang kurz uns angeguckt haben. Und zwar, ähm, die starke und die schwache KI. Wir hatten es ja ganz kurz davon. Ähm, und ich möchte das einmal ganz kurz umrahmen, damit wir hier nicht den, nicht, ne, komische Sachen sagen, aber wir sind noch nicht so weit, dass es gefährlich wird. Die Forschung ist dran, das wirklich zu erforschen, was wir gerade haben. Und das ist eine weirde Zeit, wenn man sagt, ey, wir forschen gerade an AGI, an allgemeiner künstlichen Intelligenz, aber dazu gleich mehr. Wir haben aktuell offiziell eine schwache KI, also keine KI, die alle Aufgaben oder gar die Intelligenz von Menschen hat. Ja, wir haben schwache KI bedeutet, wir haben eine KI, die sich auf spezifische Aufgaben stürzen kann und diese spezifischen Aufgaben menschenähnlich oder vielleicht sogar schneller oder effizienter oder tatsächlich vielleicht sogar besser lösen kann. Also, fairerweise, ich könnte dieses Bild hier auf der rechten Seite, was wir hier sehen, ja, das hier, das könnte ich nicht zeichnen oder beschreiben oder bauen, ja, mit meinen Händen als digitales Kunstwerk. Das ist aber von einer KI generiert. Das habe ich tatsächlich in einer KI gebaut. Und ich habe euch auch ja schon gezeigt, wie ihr das machen könnt. Ich könnte sowas nicht. Also, in manchen Punkten ist sie wahrscheinlich besser als manche Menschen. Andere Menschen hingegen sind wahrscheinlich in der Lage, so ein Bild hinzubekommen oder wahrscheinlich noch ein deutlich schöneres. Aber ich halt nicht. Das heißt, aktuell haben wir KI, die sehr spezifische Aufgaben jeweils kann. Chatbot, Recherche, Bilder bauen, euch Musik empfehlen, euch YouTube-Videos empfehlen. Das sind alles Dinge, die vielleicht ein Mensch kann oder mehrere Menschen könnten. Aber diese Tools sind halt für alle sehr, sehr leicht verfügbar und dadurch eigentlich auch eine Bereicherung für mich, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem hat jedes dieser Tools, und das ist wichtig, mehr Einschränkungen als jeder Mensch. Wir haben kein Tool, das alle Aufgaben gleichzeitig kann. Auch GPT-4 kann das nicht. Kein Tool kann alle Aufgaben für uns übernehmen, höchstens vielleicht in Kombination mit mehreren Tools zusammenarbeiten. Aber wir haben kein eines KI-System, kein eines neuronales Netz, das alles kann. Siri kann super gut sprechen von mir aus. Das ist ein System. Sie kann Sprache verstehen. Das ist ein anderes System. Whisper kann auch Sprache verstehen. Sie kann auch Sprache generieren oder halt Antworten generieren und vielleicht Fähigkeiten oder Dinge ausführen. Das mag sein, aber kein einzelnes System kann alles davon. Das macht eine schwache KI aus. So, und dann haben wir starke KI. Starke KI wird eigentlich selten als starke KI bezeichnet, sondern eher als Artificial General Intelligence, AGI, also eine allgemeine künstliche Intelligenz. Und diese allgemeine künstliche Intelligenz kann alle Aufgaben übernehmen, die eben von schwachen KIs übernommen würden. Das heißt, wir haben ein einziges System, das dann zum Beispiel Siri ist, also Sprache verstehen kann, Aufgaben auswählen kann, also Entscheidungen treffen kann und dann wieder Sprache produzieren kann und den Text für diese Sprache produzieren kann. Das ist dann ein System, das alles macht. Es kann eben all diese Dinge und naja, AGI ist ein großer Step und wir werden ihn vermutlich noch irgendwann demnächst vielleicht erreichen, dass es jetzt absichtlich vorsichtig definiert. Wir sind da aber noch nicht. Zumindest meiner Meinung nach. Dazu komme ich gleich. Aber im Endeffekt, was hier dann passiert ist, die starke KI kann menschliche Intelligenz nachahmen. Starke KI an sich ist auch noch nicht als menschliche Intelligenz definiert. Es ist nachahmen definiert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir von KI sprechen, dann ist das K bitte nicht einfach wegzulassen. Wenn wir von KI sprechen, dann heißt das immer künstlich. Sprich, wir ahmen menschliche Intelligenz nach. Und das bleibt auch bei starker KI einfach bestehen. Dieses Nachahmen ist extrem wichtig, weil sonst müssten wir in der Definition definitiv sagen, ey, das Ding hat ein Bewusstsein, weil es kann ja, es ist ja menschlich intelligent, wenn wir dieses Nachahmen nicht hätten. Aber ja, es sind mathematische Modelle und deswegen Nachahmen. Es steht zumindest offiziell so in der Definition drin. Ihr könnt gerne in den Kommentaren diskutieren, ob die Definitionen so in Ordnung sind oder ob man die ändern sollte. Okay, aber was sie also kann ist, sie kann Wissen verallgemeinern, sprich, sie kann abstrakt denken und verstehen, was da eigentlich passiert. Und deswegen sind auch diese Paper, zum Beispiel von Facebook, wo eben gesagt wird, ey, wir haben ein KI-System, das die Welt versteht. Dazu komme ich noch in, in dem Video übermorgen ganz kurz. Vielleicht schauen wir uns das Video oder das Thema nochmal genauer an. Wenn wir, nee, nicht übermorgen, am Freitag. Entschuldige. Also, wenn wir uns eben dann überlegen, dass Wissen abstrahiert wird, verallgemeinert wird, dass wir das Wissen, dass wir zum Beispiel aus Textgewinnen, auf andere Domänen anwenden können. Also, dass wir eine einzige KI haben, die sowohl Sprache hören kann, also verstehen kann, diese dann in Text übersetzen kann, den Text verarbeiten kann, Entscheidungen finden kann, also was soll ich als nächstes tun, daraus dann wieder Text generieren kann und daraus dann Sprache generieren kann. Im Endeffekt, das was bei Siri 150 verschiedene Modelle tun, und wenn das alles in einem Ding ist, dann sprechen wir von einer starken KI oder AGI. Sprich, wir können auch von einer Aufgabe auf eine andere dieses Wissen übertragen. So, und jetzt wird es interessant, denn wir haben aktuell tatsächlich einige Paper, die definieren, beziehungsweise untersuchen, ob GPT-4 nicht vielleicht sogar schon in AGI geht. GPT-4 hat nämlich zum Beispiel als einziges KI-Modell oder als einziges LLM die Fähigkeit, sich selbst zu hinterfragen, scheinbar erlernt. Das ist ein Paper, was ich noch lesen muss, das habe ich noch nicht gelesen leider, aber wir haben auch andere Untersuchungen, dass eben GPT-4 Anzeichen von AGI zeigt. Und das ist besonders, weil wir das bisher noch nie hatten und deswegen gab es auch mehrere Paper oder mehrere Forderungen, dass jetzt erstmal pausiert wird und das richtig untersucht wird, damit wir es verstehen können, bevor jetzt eben ein GPT-5 trainiert wird. Ein ganz besonderes Beispiel, was ich euch vielleicht noch kurz zeigen möchte, ist folgendes. Einmal das hier sehr gerne und zwar, das ist eine Textdarstellung in ABC-Notation für MIDI. Midis sind, ja, definieren im Endeffekt Melodien und sind für uns etwas, was wir normalerweise anhören. Das hier ist sehr, sehr einfach gehalten, aber man kann das auch komplexer machen. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert und es funktionieren auch komplexere Melodien, die dann tatsächlich auch anhörbar sind und das in einem Modell, das eigentlich für Texterstellung da ist. Und deswegen wird es aktuell untersucht, weil ChatGPT offensichtlich oder GPT-4 offensichtlich in der Lage ist, mehr zu machen als nur Text, nur halt eben über Text. Auf der anderen Seite ist alles bei uns auch eine Sprache. Ich meine, wenn ich Programmcode oder Einsen und Nullen wirklich kann, dann kann ich alles an Daten erstellen und naja, Daten können durchaus mehr sein als einfach nur Text. Dementsprechend, ja, wird das gerade untersucht. Das ist aber nur ein Beispiel und die Diskussion ist natürlich nicht fertig hier und noch nicht mal ansatzweise am Ende. Aber Fakt ist, dass wir auf jeden Fall eine schwache KI haben und über starke KI, also ich persönlich behaupte, nein, wir haben keine starke KI, aber wenn wir noch ein paar Modelle in die Zukunft gucken, dann kann es schon sein, dass wir von AGI irgendwann mal reden. So, jetzt kennt ihr aber die Unterschiede zwischen schwach, stark, zwischen KI, Machine Learning, Deep Learning und dann gibt es noch einen Teil und das habe ich hier als dieses Icon hingeschrieben. Ich habe es nicht mal betitelt, weil das etwas ist, von dem manche von euch in den Kommentaren geschrieben haben, was ich aber kurz einordnen möchte. Und zwar eine Superintelligenz. Das ist diese Singularitätsgeschichte da, dass wir quasi ein KI-System haben, das natürlich selbst Dinge lernen kann, das selbst dann auch Dinge erforschen kann, das diese Dinge dann auch wieder lernen kann. Das braucht natürlich eine AGI als Voraussetzung und dann ist quasi die Prämisse, ey, wenn wir dem Ding einfach nur unendlich viele Ressourcen geben, dann wird das immer schlauer und immer schlauer und irgendwann kann es halt alles für uns erforschen. Das ist diese Superintelligenzgeschichte, von der man immer redet, aber da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Also, bitte redet nicht von GPT-4 oder den aktuellen Tools, die wir haben, von Superintelligenzen. Nicht mal von AGI im besten Fall. Da könnt ihr von mir aus sagen, es wird untersucht. Das Paper können wir uns gerne angucken, wenn ihr das wollt oder wenn wir da mal tiefer reinlinsen sollen, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Aber grundsätzlich kann man durchaus von KI-Systemen sprechen. Das Wichtige ist halt, dass ihr das K nicht vor dem I vergesst. Gut. In dem Sinne, ich danke euch, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr Themenwünsche habt, ich bin immer wieder auf der Suche nach Themen. Ich merke oder ich versuche anhand eurer Kommentare, eurer Nachrichten auf Instagram oder auf Discord oder so, rauszufinden, was euch gerade beschäftigt, was so eure Themen sind, wo ihr gerade tiefer reinsteigen wollt und ich habe das Gefühl, dass das aktuell das ist. Aber wenn das nicht so sein sollte, dann schreibt mir das bitte. Ich bin immer abhängig von dem, was ihr mir schreibt und was ihr gerne gucken wollt. Also ja, das wäre super, super hilfreich für mich und ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.